Hallo zusammen, hier ist mal wieder Deadcheap und ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich das, dass ich das auf meinem Kanal hochlade, aber ich hab gedacht, weil immer so viele damit rumstressen, mach ich das jetzt mal und ich zock als allererstes Let's Play auf meinem Kanal für euch Qwop, ja, awesome. Es geht darum, man muss mit Qwop, ja, diesen Typen dazu bringen zu laufen und das ist sehr schwer, wie ihr seht. Ich hab's einmal bis 7,1 Meter geschafft, ist mir immer noch ein Rätsel, wie ich's gemacht habe. Ich glaub, irgendwie so, ich hab hier so, so, ich hab mich da so hingewabbelt. 2,8, komm schon, komm schon, komm schon. Wie aber auch dahin fliegt der Kollege, ey. Oh, 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 scheiße. Der Sound war nicht so, nicht versetzt, also ich hab, äh, ne, also ich hab's nur kommen sehen. Äh, so. Oh, mein Gott. Es ist, oh Gott, schwer, ihr werdet es sehen, wenn ihr es auch mal ausprobiert. Okay. Oh, 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 oh. Versuchen wir es mal so ein bisschen hier weiter zu robben. Okay, äh, das muss mal hier ein bisschen nach hinten jetzt. Das rechte Bein. Dieses Spiel ist so ultimativ fertig. Oh, oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Boah, ey, das ist so wirklich... Oh Gott, 4,5 Meter hab ich geschafft. Ja, komm, komm, komm. Oh, oh. Oh, oh, oh. Grazil wie eine Antilope. Hör ich da... Äh, komm. Oh, oh, boah. Oh, nein, nein, nicht. Oh, 7,7. Okay, immerhin meinen Rekord geschlagen. Nein, das war natürlich extrem schlecht. Das ist so krank. Ma, du sollst keinen verrückten Zieher machen. Du sollst laufen, Kollege. Ma. Komm, stutt. Bein runter. Komm schon. Du kannst es doch. Ach, Mann, ey. Boah. Voll eher 50 Zentimeter Head Smash, ey. So. Jetzt die beide durchstrecken. Ah, 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 ah. Nein, das muss nach vorne. Boah. Jetzt versuche ich einfach mal im Wechsel die Tasten zu drücken. Vielleicht bringt das hier was. Aber er kommt zu weit nach hinten irgendwie. Das ist so ein Fick, dieses Spiel, ne? Ah. Zwischendurch macht er auch mal ein Geräusch. Ich muss hier mal so eine richtige Technik rausfinden, wie der so richtig geil läuft, der Kollege. Ja, so auf jeden Fall nicht. So kann er vielleicht Kunstturner werden, aber... Bestimmt kein Marathonläufer. Wie er sich noch auf der Fußspitze abgefangen hat. Krass, ey. Hä? Rückgrat gebrochen hat? Oh, Mann. Oh, das gibt es nicht. Komm. Na vorne. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm, Kollege. Leute, jetzt bin ich zwei Meter weit hinten. Guck mal, da kann ich mich von der Wand abstoßen gleich. Nein, komm doch. Jetzt falle ich wieder hin. Ah. Boah, das ist aber auch schwer. Aber auch so super hohl, einfach wie er auf der steht. Wuhu. Ma. Okay. Jetzt muss ich den... Den nach vorne holen und... Oh. Ja, so doch nicht. Den nach vorne und... Mein Gott. Es ist aber auch hardcore. Wie er auch losfringt. Ma. Komm, schau doch, Mann. Na komm doch. Du musst da nur nach vorne. Na, Becker. Ja. Komm, ja, komm. Komm doch. Was machst du denn? Du sollst nicht in Kung-Fu-Stellung gehen, immer sofort. Nein, nein. Och, Mann, ey. Boah, jetzt reicht dir aber auch. 7,7 Meter. Ich hoffe, irgendjemand von euch kann das schlagen. Und ich würde mich sehr über Videoantworten freuen, auch in den Kommentaren. Aber ich sage erst mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.